Die beiden können die zerstören, die beiden den und du und du können nach oben gehen. So, welche Ratte ist zuerst? Die da unten und die da oben. Das heißt ja für mich, ich töte die drei und beende den Zug, die beiden. Zugbänden. Ach so hast du das gemein. Ah, ok, ok, aber dann hatte ich wirklich schon ein paar von diesen Missionen und ich habe die Waffen denn weggeschmissen. Ah, ärgerlich. Hier fünf Stück. Wow. Mit einem Schlag alle fertig. Ok, das ist es. Das war gut. Ok, beenden. Ah stimmt, er hat jetzt das. Ah, das ist ärgerlich. Ok, komm hier. Ok, zack. Und die beiden. Auch wenn du es mit dem Blutvergießen jetzt hast. Ok, schwächen. Zerstören. Ok, ich mache, ich zerstöre die Neste vielleicht wirklich. Ok, zack. Oh, One-Shot. Ok. Er bewegt dich einfach noch weiter nach vorne. Schaden tut's nicht. Ok, passt. Ok, nein, selbst mit dem Laufen komme ich hier nicht weiter. Und noch einer vergiftet. Ok, beenden wir die Züge von uns. Ok, ruf mal ein bisschen Verstärkung. Ok, du kommst natürlich hier nicht mehr rüber. Sehr ärgerlich. Oh, hier habe ich noch einen dieser Pestversorgten Sachen. Ok, erstmal töten. Und vernichten. So. Jaja, schreif ruhig. Macht für mich keinen großen Unterschied. Du solltest den alleine besiegen. Perfekt. Zerstöre ich jetzt erstmal die in der Umgebung. Das stimmt, das mit dem Pony sollte ich echt öfters machen. Ich vergesse das jedes Mal wieder. Ja. Hier, komm. Für euch beide. Greif nur weiter an. Okay. Du kannst hier hin. Nachteilig ist mit dir natürlich, dass du... Oh, geht auch. Hat gereicht. Du hast schon recht, das mit dem Pony sollte ich öfters machen. Ich vergesse es mir jedes Mal wieder. Okay. Ich vergesse es mir jedes Mal wieder. Okay. Okay. Der kann mir echt gar nichts. Ja. Perfekt. Der stimmt von alleine. Der nächste. Der kommt hier durch. Weil eigentlich kann ich die so weiter kämpfen lassen. Sollte nämlich keinen Unterschied machen. Ja. Ey. Was heißt nicht kosten? Ich hatte mal einen Pony, das im Kampf gestorben ist. Das war wirklich schrecklich. Weil dann war ich über voll und ich konnte nichts mehr machen. Wie wir wenden es Und die zwei sollte ich nächste Runde töten können Das heißt für mich Okay, zack, die Ratte ist tot, super Oh, ich bin gleich angesprochen Gleich von Anfang an Mega Okay Ich weiß definitiv, was ich hier mache Okay, die drei Zug bänden Geht da oben die Ratte Ah, die beiden reichen da leider nicht mehr Deswegen sage ich jetzt einfach mal Egal, ich überspringe die Ich töte nur das Und dann töte ich die Königin Ich mache mir mein Leben leicht So Okay Ich kann es nicht machen, weil den, den ich für den hier gebraucht habe Wird angegriffen Das war ein Schuss in den Ofen Okay Okay, zack Ich hoffe nur, dass jetzt keiner die Pest kriegt Okay Welche Ratte, die da unten Äh, wird es mit dem ein bisschen eng Dann mache ich doch das Zack Und ein Tritt So, die Ratte als nächstes Das heißt, komm Die beiden auch alle dünnen Wobei kann ich das mit einem Pferd Jeder Runde Ich kann das jeder Runde machen Okay Ich hätte das schon Wesen nicht früher machen sollen Okay Du stirbst Ja, ist schon nach Mitternacht Ich bin noch so ungefähr Ja, anderthalb Stunden oder so Online Zugwenden Okay Hoch mit dir Oh, schon ein Crit-Treffer Na Da dann Geh, lauf mal hier hin Perfekt Ich hab's geschafft Sehr gut Ja, greife mich an Jetzt ist es nicht mehr schlimm Oh Okay Das ist nicht mehr lange Ich zum Glück erst Vier Stunden später Zack Besiegt Okay Erfolgreich Geschafft Sehr gut Da haben wir nochmal 15 Knollen bekommen Pestverseuchte Proben Da hat doppelt Belohnung bekommen Hier nochmal 700 Ich abstauben können Das ist Der Wahnsinn Okay Wir können länger rennen Ja, dafür hab ich's gemacht Und vier mal hier Rasten Ihr müsst aber alle so früh raus Aber ich kenn's von früher auch Da musste ich auch immer so früh raus Okay, konnten wir einige Punkte sammeln Kammerjäger Okay, wir gehen definitiv jetzt erstmal ganz tief nach unten So Ja, das ist der richtige Weg So Was So lange Du Armer Das ist eine Reise Okay Äh, das erste hab ich dann auch gemacht Das ist mir aber erst im Nachhinein eingefallen Aber das zweite Man kann Die Ponys auch Das ist cool Ja, erstmal Ich bin zu weit gelaufen Ich bin so doof Egal Können wir euch schon mal Hier ein bisschen Hallo sagen Nebenbei Ich sollte das kaufen Um das in der nächsten Stadt Dann zu verkaufen Äh, es wiegt aber ein bisschen zu viel Ich lass das mal Ja, bei solchen Arbeitszeiten würde ich das natürlich auch so machen Okay, wir kaufen erstmal hier ein bisschen Zusatz Und das sollte dann mit meiner Nahrung erstmal reichen Und davon und die restlichen hiervon Und davon Okay, dann werde ich jetzt Jetzt hab ich definitiv genug Nahrung für eine ganz, 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 ganz lange Zeit So Oh ja, okay Das ist wirklich eine beträchtliche Zeit Ich bin noch lange nicht so weit Aber kommt noch Ich bin gespannt, was es hier noch alles zu erkunden gibt Hmm Ich will erstmal kochen Okay, fünf Brot Und hier der Kohlbarsch Acht Stück Okay, ja Oh, alles ist Qualität 1 Oh, das ist super Nein, nur zwei Ich dachte schon, acht Stück Qualität 1 Das ist ja mega Okay, ich hab für zwölf Tage Nahrung Das ist auf jeden Fall was Ich muss mich um Essen jetzt wirklich erstmal gar nicht mehr kümmern Okay Hier und dann muss ich da hoch Oh, da glitzert was Wir haben was Schönes Also den grauen Klumpen Davon hab ich mehr als genug Hier mit dem Pulver kann ich eigentlich ein bisschen was kaufen So, zehn Stück sollten reichen Okay, was ist mit euch? Wer seid ihr? Was wollt ihr von mir? Corinna Warte einen Moment Überfallt den Konvoi und nimmt die Frau gefangen Ist das die? Ja, wie ich sehe Fressen dir deine Bären Deine Haare vom Kopf Aber anscheinend ist das die Überfallt den Konvoi und die Ich will die doch jetzt nicht entführen Hm Aber anscheinend muss ich das Ha Aber ich will die nicht entführen Okay, ich Ich weiß, die sind jetzt da Aber ich rede erst Ich gucke mal, ob ich da noch was machen kann Habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich nicht gesucht bin Und jetzt soll ich gesucht werden? Nee, 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 nee Erstmal gucken Wenn ich da oben mit denen reden kann Und das irgendwie ändern kann Gut, wenn nicht, dann Wird es wohl Zeit, die Frau zu entführen Aber ich hoffe, dass ich das irgendwie noch Klären kann Nein, anscheinend nicht Nein, sind auch das gleiche mit denen Ja, wir haben gespendet Ich könnte zwar noch ein bisschen klauen, aber Okay, nein, ich muss überfallen Ärgerlich Den weiß ich wenigstens, wie die Wie der Konvoi mit der aussieht Das ärgert mich ein bisschen, dass ich da jetzt gezwungen bin Weil dann muss ich nämlich die Wachen wahrscheinlich töten Das ärgert mich Aber naja Da hinten ist sie Okay Okay, da seid ihr Ich will dich gefangen nehmen Ah, die sind aber schwach Das wird kein Problem darstellen Okay Du kommst hier hin Du greifst die beiden an Nein Du greifst die beiden an Okay Okay, dich muss ich gefangen nehmen Ja Das heißt Mit dir mach ich die beiden Und mit dir die beiden Okay Beginnen wir Zack Hier mach ich mehr Schaden Einmal drauf Und Zorn getötet Okay Gerade so Gerade so Die Zugbänden Okay Ich könnte den einen töten Dann mach ich das lieber so Zack Denn Mit meinem Wut Okay, nein Hat nicht so funktioniert, wie ich dachte Okay Zurückfüßen Und Haut der jetzt gegen ihn Ja, perfekt Okay Ich hab meine Moral erhöht Wieso kann er jetzt nicht nachgucken, ob er die angreift Naja So geht's auch Okay Beider erledigt Das heißt erledigt Geschwächt Okay, aber Bevor ich weiter Es geht's go Sch Sch Ich ut